Was geht? Gamble Joey ist zurück. Ein neuer Stream, eine neue Folge. Wir sind wieder im Five Grimus Casino. Ich habe 10.000 Euro Balance. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ich gönne mir auf Zwanni. Egal. Positiv an die Sache rangehen. Jetzt. Ja. Hat sehr lange gedauert, wie ich finde. Was sagt ihr? Ja, hier so 20 Fallspiele können wir uns mal geben. Klar, 6. Guck mal. Wasser bringt ihr. Habt ihr eine Pyramide? Los geht's. Okay, Verlängerung vielleicht. Ah, schade. Was kosten hier so eine volle Reihe? Jetzt vielleicht. Ach, komm. 230 Euro bisher, das ist gar nichts. Eine volle Reihe könnten wir schon mal gebrauchen. Verlängerung. Komm, jetzt verlänger. Auf den letzten. Nein, das war gar nichts. Nein, das war gar nichts. 250 Euro. Weiß ich auch, warum ich das nicht so viel zocke. Ich gucke mal, ob ich noch mal relativ fix reinkomme, sonst wechseln wir das Game wirklich. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Das haben wir hier 10 Euro Fracht gekauft. 800 Euro kaufen wir jetzt. Jetzt muss aber auch mal langsam was kommen. Wir sind runter auf 4,9. Also, Abfahrt, Sweet Bonanza. Okay. Jetzt eine Bombe. Komm schon. Ja. Bombe. Bombe. Mein Gott, warum kommt da keine Bombe? Ja, mal 50er. Ja, weiter. Jetzt eine Bombe. Komm, mach nochmal eine Bombe. 269 Euro. Ach, mein Gott, ehrlich. Als hatte ich mir ein bisschen geiler vorgestellt. Mal 5, okay. Jetzt weiter. Boah, da hast du mal 16 und der macht da sowas. Ja, weiter. Okay, weiter. So, 236 Euro. So, 385 Euro. Ist wieder nichts. Es ist wieder nichts. Nicht mal die Hälfte. Simon, ich kaufe noch einmal. Dann gehen wir ein Buch auf der Hälfte. Aha. Mal weiter. Ja, weiter, weiter, weiter. Komm, komm, komm. Jetzt brauche ich eine Hohen jetzt. Aber, 499 Euro. 523 Euro. Weiter. 723 Euro. Ja, ist gut. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Jetzt vielleicht. Ah, schade. Da war die 20er. 144 Euro. 907. Jetzt komm. Ja. Ui, ei, 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 ei. 1120 Euro. Ja, Mann. 2000 Euro. Jetzt komm, komm, komm. Ja. 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 2.119 Euro. Oh, ja. Das ist doch okay. sind wir wieder auf 6. Schwach, ja wirklich schwach. Also heute ist es wirklich schwierig. Wir haben noch nichts angeboten bekommen. Also rein gar nichts. Deswegen mal schauen, ob wir es noch schaffen. Ob da noch irgendwas kommt. Ja, 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 ja. Ich habe es gekriegt. Ich habe es gekriegt. Krass. Was ein schönes Bild. Leute. Alter. Im Live habe ich es gekriegt. Geil. Haben wir aber auch heftig riskiert heute. Was ein schönes Bild. 14.000 Euro jetzt drauf. Geil. Geil. Alter. Jawohl. Zack, zack, zack. Fertig. Danke. Danke. Alter. Boah. Heftig. Das gibt es doch gar nicht. Die ganze Zeit ging gar nichts. Und dann haut der mir da so einen rein. So ein Brett. Boah. Geiles Ding. So macht es doch Laune. Legendary Win. Legendary Win haben wir geknackt. Geil. Im Fall kriegen wir es wieder. Ja. Es wird ein geiler Clip. Werde ich Save auf YouTube hochladen. Geil. Vielleicht kommt er jetzt nochmal in die Fries. Oder hat Ramses sich ausgekotzt. Oh ja. Ich dachte schon, jetzt macht er wieder ein paar. Alter Verwalter. Ding. Schade. Jetzt natürlich nochmal Fries hinterher. Auf 30er. Wer ist schon wild. Ja. Noch mal 2.200 Euro. Geil. Fünf Katzen auf 30. Ah. Läuft doch. Läuft doch. Wir sind hoch auf 15. Krass. поряд Jacob. Flug趟. Mach以ain. Mach.